Okay, wir sind jetzt hier in einem AI-Team-Deathmatch, wie man hier dann ganz deutlich sieht. Wir haben vier Bots im Team. Ja, schlecht sollte das nicht unbedingt laufen. Ähm, wenn man mal guckt, wir haben... Ich habe einen Anfänger in meinem Team, der Handrat ist auch ein Anfänger. Ähm, da sollten nicht allzu große Probleme entstehen. Oh, hm. Okay, das war nicht so gut. Allerdings, ähm, ja. Braucht man nicht so lange zum Respawnen, das ist das Gute da dran. Double. Die habe ich auch schön gekriegt. Hm. Ist hier die echte Moment da unterwegs? Wäre mal was. Och, der Bot rennt durch mit so wenig Leben und überlebt. Von daher sollte das hier nicht das Problem werden. Ähm. Hm. Mal sehen, woher die jetzt kommen. Der Baller hört man ja schon eifrig. Verdammt. Also. Geht doch. Ähm. Ja. Ähm. Oh Gott, jetzt habe ich ja fast keine Munition mehr. So ein Hammer. Normalerweise sterbe ich immer, bevor ich keine Munition mehr habe. Blöderweise habe ich jetzt, ähm, die Pistole rausgenommen. Einfach aus dem Grund, weil ich die normalerweise nicht brauche. Und jetzt stelle ich fest, eigentlich wäre sie ganz praktisch, weil jetzt bräuchte ich mal eine Waffe. Okay. Die wird auch gehen. Die Frage ist, wo kommt die jetzt? Hm. Okay. Ja, das ist, ähm, immer jetzt zu erwarten. Ich meine, meine Munition war komplett leer. Ah, wo renne ich eigentlich lang? So. Kacke. Schon wieder halbtot. We are under attack. Na gut, das war ein eigener. So ein Mist. Hm. Ja. Der checkt auch gar nichts. Das ist natürlich genial. Praktischerweise spawnen die jetzt alle hier. Nee, Schrotflinte brauche ich nicht. Oha. Ah, 13-1-3. Ja, ja, hm. Na ja, na ja. Guckt's jetzt alle da aus. So ein Mist. So ein Mist. Okay, dann, ähm. Hm, 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 hm. Ich würd's mal gern die KD von der, von meinem, ähm, Maschinenpistole da erhöhen, aber, na ja. Muss ja nicht sein. Und wir kamen von hier. Noch ein. Hm. Ah, wieder ne recht passable Runde. wie der Weise war... Ach, Kacke. Wenn man nicht spawnen ist von denen rein, glücklicherweise gerade wieder Hegel spawnt. Ist der nicht an Bord? Verdammt, ich hätte mich hinhocken sollen. Ich meine, die Maus ist vielleicht noch ein bisschen zu fein eingestellt für. Wer weiß das schon? Wenn es dann so wackelt. Oder ich müsste mich mal ein bisschen entspannen. Ist aber noch ein bisschen blöder geht es nicht, oder? Na, fuck. Ich habe gemische Granate reingerannt. So, wo tauchen sie jetzt auf? Da würde ich mal nicht tippen. Ich würde eher auf hier irgendwo tippen. Das nächste wäre dann da unten. Ach, Mist. 21, 3, 6. Ja. Ja, das, ähm... Das ist okay. Mist. Na, hab ich da schon mal Ach, ich habe da Assists für bekommen? Ich meine, ich habe den ja auch getroffen. So. Ist keiner. Er will keiner. Na, dann sind die wohl auf der anderen Seite irgendwo. Ah, ich sehe sie. Da sind die roten Punkte. Okay. Tango down. Tango down. Was das? Schade. Schade, 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 schade. Ähm. Jetzt dürfen die aber allerdings hier irgendwo... Doch nicht. Hm. Merkwild, da sind sie. Hier ist es nie da drüben. Na, auf jeden Fall ist hier einer lang gerannt. Sehr schön. Ach, immerhin Headshot bei einem richtigen Spieler. Das war mir jetzt ein bisschen wichtiger als der ganze andere Kram. So. So. Mal ein Assists. Auch mal wieder mal. Ist das nicht blöd oder was? Ich meine, Bots sind ja generell dämlich, aber... So dämlich dann? Na, doch auch wieder nicht. Ähm. Was schießen die hier? Kommen die von da unten? Okay, ich bin noch nicht gekillt gehabt. Ähm. Allgemeine Strom wird hier lang. Und dann wird auch... Verdammt, was ist denn hier los? Ähm. Ja, ein bisschen... Ja, ein bisschen... Muss ich da drauf schon schon mal achten. Da ist einer draufgegangen. Ist das nicht so gut. Ich mag die Waffe nicht unbedingt. Obwohl die anderen damit immer Headshots hinkriegen. Aber auch... Na gut, auf nähere Entfernung als gerade eben. Ähm. So. So ungefähr. Verdammt. Auf die habe ich ja gar nicht geachtet. Okay. Dann kriegen sie ihn jetzt auf die Nase. Okay. Wo sind sie? Der eine ist hier lang gerannt. Oh Gott, der war gerade wieder gespawnt. Das nervt. 33, 6, 9. Hm. Hm. Ne. Durch... Boah, durch die Kiste. Das nervt. Immer so Spaßvögel. Ja, genau. Moment. So, kann ich den gerade nicht? Warte ich denn doch. Ey. Ach, Mann. Wieso konnte ich den da oben denn nicht killen? Ich habe den doch bestimmt fünfmal getroffen. Okay. Die rennen jetzt da runter. Dann kann ich mal gucken. Mein Gott. Schlecht getroffen. Die ist doch eigentlich ganz gut. Wieso trifft er damit nicht? Okay. Das wird vielleicht. Ach, nö. Komm. Irgendwann ist er auch mal gut hier. Die Waffe ist eigentlich ganz gut. Nur ein bisschen langsam. Ah. Das ist doch mal genial. Das ist doch mal genial.